Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, ich mach mal hier einen Punkt. Verschwinden wir von hier. Und da... Jetzt Segel setzen! Dann gehen wir mal zur Kartenmarkierung. Äh, Kartenmarkierung. Kanten. Guck mal auf Kante. Nach der Folge will ich denn erstmal ein Päuschen machen und mal was essen. Ich muss mal gucken, was ich mir mache. Ich muss mal gucken, ob ich noch Pommes habe. Oh, jetzt schön Pommes. Ich hab noch Frikadellen, hab ich noch. Mayo hab ich auch noch. Oh, das ist ein Leben. Single. Das Leben, du. Single Leben. Das richtige Leben. Und da ich ja nächste Woche dann noch krankgeschrieben bin. Ach, die fängt total beschissen an, ey. Das ist richtig beschissen, ey. Das ist ein scheiß Sportunfall. Und da ist ein Sportunfall. Bei meiner Rückenübung hab ich mir irgendwie falsch ausgeführt oder irgendwie. Und hab mir hinten erstmal schön wie so eine Art Hexenschuss oder ach, das war so beschissen. Also, das hat weh getan wie die Sau. Da liegst du erstmal auf dem Boden rum. Und das Schlimme ist, dass ich zur Zeit auch noch hier beschissene Arbeit habe. Ah, draußen an der Säge, nicht an meiner Maschine. Und dann schwer heben und schwer machen. Ey, das ist jetzt schon die dritte Woche. Denn jetzt insgesamt dieses Jahr nur mit Pisse auf Rücken, ey. Boah. Wohl dem, der bis jetzt noch nichts hatte. Gott ist mir an, ey. Irgendwas drin ist da. Jetzt hat er, hab ich so ein bisschen dem Arzt so erzählt. Auch so mit der Arbeit und so. Und er hat ja auch den Verdacht, dass irgendwie mit den Bandscheiben irgendwas vielleicht ist. Weil... Weniger Segel! Segnet! Weil... Ich so ein Taubheitsgefühl noch habe. im linken Behn. Und das weist drauf hin, dass er irgendwo... Ischias Nerv irgendwie oder Bandscheibe... Irgendwas das eine klemmt. Aber ist auch nicht dauerhaft. Im Moment muss ich sagen, geht's wieder. Aber... Ja, und das Problem an der Sache ist... Was siehst du da oben, Sühnen? Das Problem ist einfach... Wenn ich wieder auf Arbeit bin, dann... Dann jetzt halt wieder los mit... Oh. Dann jetzt halt los mit... Kann ich den von... Hier aus... Umnieten, oder... Okay, den haben wir. Den haben wir hoch. Den haben wir hoch. Und hier sind noch zwei, die schlafen. Die haben nicht mal kommen sehen, die armen Schweine. Die armen Schweine haben nicht mal kommen sehen. So, ist hier jetzt noch irgendwo einer? Ne, sieht nicht so aus. Da oben haben wir noch was. Warte mal, kommen wir von hier an der Seite. Hab ich hier gerade einen Eingang gesehen. Wie gesagt, wenn ich hier irgendwo in der Nähe bin... Und sehe hier Drohnen, die man relativ leicht plündern kann. Dann nehmen wir natürlich den Karpis mit. So. Okay, das haben wir. Hier ist noch ein Brief. Brief. Brief an eine Maid des Nordens. Tora. Ich verlasse den Norden, um auf Nanots Weg jenseits Snelland zu erkunden und halte nach diesem Knallermönch Mönchen Ausschau. Manche sagen, ich werde nichts finden. Andere, dass dort Bifrost ist. Ich muss es mir... Ne, ich muss es mit eigenen Augen sehen. Der Schild deines Herzens. Güda. Tja. Wer immer Güda war, Güda ist wahrscheinlich tot. Haben wir hier noch einen Stein? Gut. Wir kommen jetzt aber da nicht hin, oder? Das wäre jetzt wieder zu einfach. Doch. Ja, doch kommen wir. Okay. Ach, war da jetzt... Warte mal. Warte, 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 warte. Kommando zurück. Kommando zurück. Kommando zurück. War da oben? Naja, wir hätten hier noch gucken können, aber es ist ja... Ist egal. Ist egal, ist egal. So. Stelle den Handelsposten wieder her. Gut. Und dann haben wir... Was ja bitte? Bücher, ne? Ich glaube. Jo, na klar. Komm. Sieh zu. So, und dann gucke ich mal, ob wir jetzt hier gleich komplett alles fertig bauen können. So. Wir haben ja schon ein bisschen was... Ja, doch, denke ich mal. Ja, das reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Das kriegen wir komplett aufgebaut jetzt hier. Dann haben wir da auch schon... Die volle Unterstützung. Sehr gut. Sehr gut. Da ist noch ein. Und... Na siehste. Jutti, das hätten wir komplett ausgebaut. Hier wäre jetzt noch Zeugs. Warte mal, wo ist denn der Stand hier? Wo ist das Ding hier? Da oben. Die Dinger bringen mir doch... Was bringen mir die Dinger hier eigentlich? Die bringen mir auch Zeugs. Was ist denn... Was sind denn die... Ne, Leder. Die bringen mir auch Zeugs. Aber ich dachte, das wäre jetzt hier Handelspostenmaterial. Könnte man hier brauchen. Naja, nüt. So, wir setzen mal alles zurück. Wo sollen wir denn jetzt als nächstes hin? Wir sollen hier hin. Aber ich habe hier auch irgendwo einen Handelsposten noch gesehen. Hier, guck mal hier. Ich würde mal sagen, in der Folge machen wir nur Handelsposten. Ich möchte diese Handelsposten haben. So, jetzt ist die Frage. Warte mal, ich gehe mal hier hin. Und watschle dann über das Land. Das ist ja alles nicht so weitläufig. Das ist ja das Gute, dass es nicht so weitläufig ist. Und wir da alle relativ gut hinkommen. Das heißt also, wir werden diesen Handelsposten erstmal säubern. Also wir müssen immer erst die Handelsposten säubern. Und dann können wir gucken, wo der Hinweis ist für... Okay. Ich dachte, das reicht, wenn wir... Weißt du? Wusste ich jetzt nicht mehr. Ich überlege, ob ich hier danach gleich anfange mit Rändern oder aber ich hier... Erstmal... Und was haben wir denn hier? Hier haben wir da irgendeine... Irgendeine Aufgabe. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das? Kenn ich noch gar nicht. Opferstein? Prüfung beginnen. Ich muss im Nebel vorsichtig sein. Boah. Demenlosort. Gardenerlich roth. Roth, die Dinnchen. Ich fisch, du. So, jetzt ist auf jeden Fall das erstmal weg. Ich fisch, du. Okay. Okay. Rätsel geschafft. Ah, okay. War jetzt nicht so spektakulär. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es muss auch nicht immer alles spektakulär sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin froh, wenn ich Spiele spielen kann, die ich einfach hintereinander wegzocken kann. Ich muss sagen, Elden Ring ist ja gerade aktuell der Shit der Renner. Ich kann es nicht verstehen, diese Sache an den Souls-Spielen. Ich bin kein Freund, überhaupt kein Freund von den Souls-Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ist da noch einer? Okay, wir können hier erstmal noch nicht. Aber meistens ist es immer da, wo die Truhe ist. Da wird man ja nicht so lange suchen brauchen. Oder? Na diesmal nicht. Wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Was haben wir denn hier? Ein Eichhörnchen? Ja, da mir pfeift mein Ohr gerade. Das ist immer nicht gut, wenn meine Ohren pfeifen. Da ist es denn mal irgendwie so Stress oder sowas. Kann mir mal jemand verraten, wo dieser Scheiß-Hinweis jetzt ist? Warte mal, haben wir da für eine Quest hier? Unsere Suche, den Handelsposten. Na ja, mach ich doch. Aber bis jetzt zeigen wir noch eine Stefan. Das soll einer sehen, wa? Freunde der Sonne, wer macht denn da oben das Quest-Ziel da? Junge, ne. So. Kann nicht länger hierbleiben. Zu viele Wölfe. Lass die Besitzurkunde in Gnock-Frey... Fraug. Mir reicht es hier. So, wo ist hier... Gnock-Freyug? Da unten. Okay. Wo sind denn die... In die Richtung. Oh, hier ist ne... Hier ist ne Truhe. Hier ist auch noch mal zum Keplündern. Vor allem hier arbeiten, der Wildscher, wisst ihr? Hier draußen sind... Hier, sie... Da sind Leute. Ist unglaublich. Und den Handelsposten machen sie weiter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Oder musst du ihn hier nicht verstehen? Doch, ich will ihn verstehen. Ich will ihn ja verstehen. Ist da oben irgendwo. Kommen wir hier... Kommen wir hier hoch? Oder nicht? Hundi! Hier hoch da. Mir bricht deinen fetten Arsch. So, hier ist auf jeden Fall... Auch Drohen sind hier. Hier sind Drohen. Los, hoch mit dir. Wie kann denn sowas so versteckt sein, sag mal? Aber das ist doch nicht normal. Ist hier noch irgendwas? Bevor ich hier weggehe... Ja, hier sind noch ein paar Drohen. Warte mal, wo ist das jetzt? Hä, wo sind meine... Zeiger? Hier. Da unten irgendwo. Luxusgüter, okay. Ich schon... Nee, noch nicht voll. Okay. Hier ist kein Mensch, wisst ihr? Aber hier sind Schweine. Ist das jetzt wieder da oben, oder was? Nee, warte mal, da hinten. Da sehe ich, oh Gott. Kommen wir hier rum? Wie mal am Karree? Da ist was. Hier ist was. Köstlichkeiten. So, wo war der andere? Da hinten. Da müssten wir sie ja alle haben. Junge, die... Alter, die kotzt hier so. Schriften. Mute. So, wir müssen jetzt aber... Wieder zum... Da lang. Liegt hier einfach so rum wie so ein Opal. Könnte man natürlich auch machen, ja. Die Dinger hier, aber... Ach, scheiß, aber tof. In der Zeit, wo wir ja... Sag ich mal, leveln. Läuftet ja weiter, wisst ihr? Du kriegst ja... Alle Nase lang... Werden ja da Sachen aufgefüllt. Also von daher... Ist das eigentlich nicht so verkehrt. Wenn wir hier einfach weitermachen. Wir haben natürlich jetzt nicht genug Zeugs, ne? Also wir werden den jetzt hier nicht aufbauen können. Das ist scheiße. Aber wir haben ihn erstmal. Und das ist die Hauptsache. Ja, bauen. Bauen. Ich weiß nicht, warum man da so lange A drücken muss. Warum kann man da nicht mit Einen klicken? Das ist ja nur, wo ich jetzt sage, oh, ich habe mich jetzt verklickt. Ich würde jetzt ja... So, jetzt gucken wir mal, ob das hier irgendwie reicht. Hier brauchen wir 100, ja. Boah, Alter, das Pfeifen ziemlich laut. Und so wie 120 haben wir nicht mehr. Aber das könnten wir vielleicht noch hier, oder? 140, okay. Dann wird ja eigentlich jetzt Zeit, noch einen schnellen Kreuzzug zu machen, wa? So, es ist noch nicht komplett, aber plus eins die Minute. Ähm, warte mal. Wir haben doch hier noch irgendwo einen Kreuzzug gehabt. Da hinten. Dann lass uns mal da schnell mal noch auf Kreuzzug gehen. Die letzten paar Minuten. Dann machen wir jetzt noch einen Kreuzzug und dann machen wir noch einen... Naja, was heißt Kreuzzug? Nicht Kreuzzug. Wie heißt das hier? Raubzug. Mein Gott. Kommen wir auf Kreuzzug. So, okay. Dann würde ich sagen, tüdel mal da mal hin. Dann mal los. Mehr Segel! Segel hoch! Sieglü! Singt uns ein Lied. Genau. So alten Skaldenlieder. Ach ja. Plündern. Brandschatzen. Morden. Wikinger for life. Übelst die Gangster hier. Wo ist der so? Wo will er denn jetzt lang? Nee, fahr geradeaus weiter. Warum lässt er mich nicht geradeaus? Das ist unglaublich. Der wollte hier gerade links abbiegen. Fahr doch einfach geradeaus. Wir plündern! Wir plündern! War wieder... War wieder perfekt eingeparkt. Wirst du? Perfekt eingeparkt. Ja, aber wenn die ein Amphibien-Fahrzeug hätten, die würden da auch noch durchpallern. Die würden direkt drin fahren in vor. Wäähähähäh! Wikinger! 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 Wäähähäh! 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 No, du bist tot! 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 Ja! Wäähäh! Musst du mal deinen Funken da weglassen, aber was? Mädchen, du musst dich auch ein bisschen bewegen. Du musst dich da mal.. Du musst da mal.. das geht ganz schnell so wie sieht es denn hier auch nein bringt euch nicht in gefahr so haben wir sie jetzt hier unten alle dann lass uns mal nach oben gehen ach scheiße wird es ist ein fuchs achtet auf fünf sehr gut lass mich doch in der mensch wenn du den schon nicht hier um nie den ganz so lass mal hier aber an ihr wir brauchen materialien materialien das muss ja schließlich noch für ihn so einen handelsposten erreichen wie haben wir da jetzt gekriegt geh doch mal aus dem weg mädchen diese diese ständig vor der latichte hocken müsste ich schaffe das nicht allein ja das gleiche nächste bleibt ja man ja mal auf hier so man andere ja irgendwie kämpfe mir jetzt schon wieder mensch so ein schwachsinn hier manchmal diese diese steuerung diese bewegung was ist er denn da oben für einer junger der ganze handelsposten hier der ganze posten der brennt und die pümmel hier rum hier du wirst warm futter weg aber keine pfeile mehr gibt mir kraft ich reichst mir die lunge raus macht es wie ich so ist hier noch eine hier kommen wir da nicht reden warum kommen wir hier nicht an china weset wie kommen wir hierin ich gehe doch mal da hoch her 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 Okay, hier haben wir was. Meine Güte. Nein, öffne die Tür. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Ist er jetzt schon tot? Manchmal säg hier nicht durch, du. Manchmal säg nicht durch. Das ist das Letzte hier. Ja gut, schnell zurück zum Schiff! Aber wartet jetzt hier, das ist die Frage. Ne, guck mal, da ist ja noch was. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es früher war. Da, 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 pfst. So, wo haben wir das Ding? Hier haben wir das Ding. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas, was ich hier einsammeln kann? Ne, ist nichts mehr. Noch nicht mal raus aus dem Brunnen hier. Gut. Wo ist mein Schiff? Da unten ist mein Schiff. So, erstmal schön wieder irgendwo jegen gerannt, wie sich das gehört. Ja, ich komme ja schon. Alle warten nur auf mich. Aber ich will auch jetzt ja nicht weiter mit dem Schiff hier umher tüdeln. Wir wollen jetzt nämlich noch nach, äh, da. Dann werden wir die Werkerhütte jetzt noch aufbauen und dann sind wir durch. Dann mache ich an der Stelle Schluss. Dann haben wir heute eine sehr produktive Folge gehabt. Zwar ohne Mission, aber, naja. Die gehört ja auch so ein bisschen dazu. Auch wenn ich, äh, ich sage mal, immer mal nur auf die Missionen aus bin. Und was auch nicht verkehrt ist. Aber was mich jetzt mal interessiert ist, ähm, wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Oh, warum habe ich denn jetzt hier einen Schluck auf? 81, 72 480, 400, 200 Umso mehr Dings ich habe, umso mehr Kapazitäten habe ich richtig. Ich möchte sagen, ja. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwo? Ich gucke, ich lasse hier gerade mal schweifen, mein Auge schweifen, aber... Wir haben jetzt so weiter nichts hier, ne? Ne, eigentlich nicht. Prinzipiell könnten wir jetzt so mit dem Schiff noch hier weiter tüdeln. Bis hierhin irgendwie. Wir könnten aber auch von hier aus und dann da rüber gehen. Hier so rüber, quer. Das könnte man auch noch tun. Na gut. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt laufen lasse. Ich lasse das nur im Hintergrund laufen, oder? Dann kann ich nämlich hier, ähm... Ja, mal sehen. Dann kann ich nämlich hier ja noch immer noch Zeug sammeln, ja. Pro Minute mal zwei, drei oder so, ne? Guck mal, hier habt ihr zwei pro Minute. Hier auch zwei. Hier auch zwei. Ja, komm. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Lass ich den noch an und dann ist gut. Freunde der Sonne, halte die Worte steif und tüdelü!